Herzlich willkommen zu Promis im Fokus mit eurer Erklärkatze Diablo. Heute im Fokus Denise Merten. Es gibt neue Infos im Rosenkrieg zwischen ihr und Anne Wünsche. Mehr wie immer direkt nach dem Intro. Denise Merten lässt die Vorwürfe von Anne Wünsche nicht unbeantwortet. Seit mehr als vier Jahren führen die ehemalige Darstellerin aus Berlin, Tagnacht und ihr Ex-Partner Henning Merten einen öffentlichen Streit. Auch Hennings neue Frau Denise ist darin immer wieder involviert. Vor kurzem enthüllte Anne gegenüber ihren Fans, dass Henning sich kaum um seine Kinder kümmere und Denise dafür verantwortlich sei. Jetzt wärt sich die ehemalige Kandidatin aus der Bachelor gegen die Anschuldigungen, sie stellt mich wie Krüller-Deville dar. Dabei kümmere ich mich um die Kinder, spiele Gesellschaftsspiele mit ihnen, begleite sie zum Spielplatz und fahre mit ihnen zum See. Äußert sich Denise in ihrer Instagram-Story. Die bekannte Persönlichkeit aus dem Reality-TV gibt ihr Bestes, um allen Kindern ihrer Patchwork-Familie gerecht zu werden und ihnen gleichermaßen Liebe zu schenken. Ich bin eine fürsorgliche Mutter, betont die Influencerin zusätzlich. Auch die Vorwürfe, dass die beiden Mädchen sie und Henning nur einmal im Monat besuchen dürften, weist sie von sich. Wir würden gerne einen 14-Tage-Rhythmus haben, unterstreicht Denise. Doch Anne sei diejenige, die das nicht wolle. Sie möchte ein festes Wochenende und alles andere nach Absprache, erklärt die ehemalige Teilnehmerin aus das Sommerhaus der Stars weiterhin und stellt klar, dass Henning und sie immer für seine Töchter da sind und sich aktiv an ihrer Erziehung beteiligen möchten. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über dein Kommentar oder Like. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.